Och, noch eins. Ja, war ja nicht groß. So, ich muss jetzt aber wieder fett. Das sieht man sich vielleicht heute Abend. Kannst auch mal auf der Terrasse vorbeikommen. Da liegen noch Nüsse. Halt zum Knacken. Die Rabenvögel holen die immer. Aber die haben sie heute noch nicht gesehen. Die liegen nämlich immer noch. Ja, das ist lecker. Feine Sachen.